Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Sky Solated. Ich habe keine Ahnung welche, aber ja. Und der Wolfram ist hier voll am Fressen schon wieder. Ja, acht auf deinen Hunger beim Schnetzeln. Ich esse vorher noch was. Gute Idee. Dann mach mal die Tür zu und die auf. Ich wollte jetzt wieder rein. Warum? Die kommen doch alle zu uns. Entschuldigung, warm essen an der Tür. Oh, er ist ein Kannibale. Es ist nicht sicher. Wir müssen uns abwechseln. Ich kann mir hier nicht zuschlagen, wenn du hier stehst. Dann hoppst rein. Ja, ich gehe rein. Das dauert mir zu lang. Nachher gehen die wieder pennen. Ja, ein bisschen lecken tut es aber auch. Bei mir nicht. Wie haut denn mich da? Ab und zu mal nach hinten gucken. Hinter dir war eine Spinne. Hinter dir war ein Creeper. Ein Creeper? Da gehst du. Oh Gott. Wenn die Creeper in die Luft fliegen, das ist übrigens nicht so clever, weil die holen die ganzen Mobs mit. Ja, ich weiß. Das war alles gelaggt hier. Wie gelaggt lief das? Wie gelaggt? Und ich hab mein Schwert überhaupt nicht modden, leveln lassen. Oh, okay. Ich bin wieder neu. Ich geh mal nochmal rein. Ich bin ganz durchlöchert. Ja, mach so. Bei mir gelaggt es. Was denn? Mutsi schreibt sie, wer ganz durchlöchert. Schau mal, wieso. Spielt ihr mit Schwarzpulver? Ach, Scheibenhonig. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen mehr Eisen bzw. Stahl machen. Ich glaube, das ist der Server, der das so bei mir lecken lässt oder die Internetverbindung. Das kann natürlich auch sein. Ja, also wenn der Server lecken würde, dann würde er ja bei mir auflegen. Ja, stimmt. Das ist ja recht. Oh, das war ein Skelett. Komisch. Irgendwie war eben, dass die ganze Zeit ein One-Hit bei den Skeletten, aber jetzt nicht mehr. Merkwürdig. Das wird schlechter, das Messer. Ach, ich bin doof. Ich bin so doof. Kein Wunder, dass es hier nichts geht. Ich brauche ja noch einen Lever. Habe ich noch einen Lever dabei? Nö. Wieso habe ich jetzt 17 Blumen? Wie dem auch sei. Was wird schlechter? Dein Gelänge? Nee, das ist das so gerade. Ich sagte, dass es wird schlechter. Das wird schlechter. Wenn du meinst, das macht jetzt weniger damage. Ach so. Nee, das wage ich zu zweifeln. So, sicherheitshalber gehe ich hier noch mal schauen. So, jetzt ist ein bisschen Stahl in der Mache. F3. Ist das hier Forest? Plains. Wieso ist hier wieder Plains? Hier ist Forest. Du musst das genau da in dem Bio umsetzen, ne? Ja, hier ist schon wieder Plains, hier ist Plains, hier ist Forest. Ja, ich hoffe, das geht hier. Spawning. Sonst setze ich da noch ein paar Blätter hin. Ich habe hier ja noch welche in der Kiste. Blätter. Ich habe keine mehr in der Kiste. Das ist ein paar tolle. Da müssen die reichen. Ja gut, aber Blätter ist doch das geringste Problem. Ja, ich weiß. Würde ich doch mal sagen. Ich sage ihm, er soll wieder Blätter schneiden. So, F3. So, der steht jetzt im Wald. Mal gucken, ob der was spawnt. Dieser Artificial Hive oder was meinst du? Ja. Ich lasse ihn mal kurz alleine. Oh. Bin ich jetzt mal gespannt, ob es geht. Und ich erst. Ich bleibe mal mein Inventar auf. Ach, ich erwarte gar nichts mehr. Ich warte jetzt einfach. Jo, jetzt aber. Golden Bag of Holding. Da bist du ja wieder. Ich bin wirklich wiederzusehen. Hallo? Was sind überhaupt Forestry? Ich guck mal, ob wir irgendwo Forestry Blumen haben. Ich mach mal. Add mod. Forest. Forest. Forestry Blumen. Ich höre Monster. Ich sehe nur Schmetterlinge. Und Bienen. Ganz viele Bienen. Ach, da oben ist eher. Ah, okay. Oh, in Forestry kann man auch Briefmarken machen. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ja, total. Ich lach mich gleich. Und Backpacks. Oh. Ich habe eben anscheinend doch zwei Enderperlen bekommen, sehe ich gerade. Nice. Hill Cherry Sapling. Hill Cherry Sapling ist aus Forestry, aber ist ja ein Baum. Red Marple. Das sind alles Bäume. Marple? Pollen kann man hier auch kriegen. Aber wenn es Pollen gibt, muss es doch Blumen geben. Oder Bäume. Ja, oder vielleicht geht es aber mit denen. Ich meine, die haben ja angefangen zu spawnen. White Admiral. Es gibt auch Würmer. Ja, Silkworm. Ja, es gibt Brimstone. Es gibt Cabbage White. Es gibt Citrus Swallowtail. Red Admiral. Purple Emperor. White Admiral. Brimstone nochmal. Spackled Wood. Black Swallowtail. Painted Lady. Small Tortoise Shell. Das sind jedenfalls ganz viele Würmer, aber keine Blumen. Ich habe Würmer. Hä, ist das... Man kann auch eine Brille bauen. Also Blumen aus Forestry. Blumen sehe ich hier nicht. Ja, vielleicht sind es aber die Minecraft-Blumen. Ich weiß es ja nicht. Na. Die müssen ja nur in Forestry registriert sein als Blumen. Weißt du? Ist ja dann nochmal was anderes. Oh, shit. Oh, gib doch zwei. Wie geht die? Sealed Brick. Habe ich doch. Ne. Ach, das geht eigentlich. Ich könnte... 45 Slot Backpacks machen. Oder? Ja, wieso Carpenter? Was ist das denn? Ist das ein Webstuhl? Dole Sand, Gravel und Nether Ward. Okay. So, da war ein Kleiner erst noch für. Ach, ist mir jetzt egal. Ich habe mein Golden Bag of Holding erreicht mir. Bam! Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das packe ich weg. Das packe ich weg. Ui. Und dann gehen wir los. Oh, vier Stück. Oh, Steak. Lecker. Ich habe momentan so viel Hunger. Gibt es doch gar nicht. Ich glaube, die haben an meinem Hungerbalken rumgefummelt. Ich auch, denke ich gerade. Ich muss schon wieder was essen. Aber ja, ist ja auch klar. Wir kämpfen jetzt vermehrt. Ja, okay. Das wird es sein. Aufs. Sind es nämlich merkwürdig. Das haben wir noch nicht. Grape Seed. Jedenfalls passt das nicht in die Kiste. Ah, Quatsch. War ja auch nicht. Cinnamon Toast. Du saplingen. Kaffee. Ja, den haben wir schon. Der Rest ist gut in die Quetsche. Goldenbeckers Holding. Ist da noch Platz? Ja, da ist noch ein bisschen Platz. Was ist das? Toast, Toast. Was? Oh, nix. Ich will nur gerade noch ein bisschen Soulcenter machen. Ich brauche es auch noch. Hier ist ja auch noch Soulcenter. Ich dovi. Na ja, egal. Servus. Moin. Moin, alles klar? Ja, ich weiß mal gern, warum hier dieser Baum nicht verschwindet. Soll er ein Loch reinreißen. Weiß ich nicht. Den habe ich schon, glaube ich, vor zwei Folgen abgebaut. Echt? Ja, aber irgendwie verschwindet er nicht. Er ist ein wenig unverschwinderisch. Ja. Hab ich... Ist er alles? Ja, ist alles. So, ich gehe mal zum Hive. Hive, Hive. Sag mal zweimal hintereinander Hive, Hive. Hive, 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 Hive. Hive, 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 Hive. Ist klar. Ich finde es witzig. Ja, ist klar. So. Hat nichts gebracht. Also jedenfalls immer noch nicht. Ist noch keine Idee. Vielleicht... Vielleicht muss man einfach nur Geduld zeigen. Ja, ich mache noch ein paar Blätter. So. Ah, das sieht doch schon besser aus. Okay, dann brauche ich jetzt hier noch so einen Ofen wie da unten. Äh, so ein... Klicke ums. Casting Table. Wie ging der denn noch? Casting. Casting Table. Seared Bricks. Sieben Stück. Ich habe keine Seared Bricks mehr. Doch, habe ich. Hallo. Möp. Und zick. Und zick. Na, jetzt, jetzt verschwindet er auch. Sehr schön. Kann ich ja mal einen neuen anpflanzen. Zack. Ich bin ja immer noch nicht... Äh, ja, du, du. Ich bin ja immer noch nicht weg von der Idee, eine Hüpfburg, die richtig Fun macht und auch untödlich ist, zu bauen. Deswegen werde ich immer noch weiter schön, äh, bist fertig mit deinem Gehecke? Nee, nicht ganz. Okay. Ich habe noch ein paar Blätter. Deswegen werde ich... Ja. 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 Ja, irgendwann werde ja auch das Jugendamt irgendwie auf die Schliche gekommen, wenn du da so eine Hüpfburg, so eine tödliche Hüpfburg hinsetzt. Hätten wir es geschlossen, oder so? Rache. 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 Naja, lassen wir das. Ähm, gut. Ich habe hier ein paar Blätter jetzt hingesetzt. Es lässt mich ja nicht los mit den Bienen, ne? Es ärgert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Dann braucht ihr Ancient Spore, ähm, Barrel und, äh, Sand und Wasser. Und, ja, so. Ähm, 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 ähm. Ist jetzt hier irgendwo ein Barrel über? Barrel, Barrel. Ja, das Barrel bauen wir, nehmen wir das nämlich jetzt mit... Kann man das mit der Hand abbauen? Oder mit einem Zapling? seppling mit dem seppling der sepp weil das kein rezept ist wie nennt man das ein ein multi block anordnungs ding so ist ein schönes wort jetzt ist die frage ob der auch nur blätter aus dem forest zählt ist also stand nur ließ da gut falls heißt wald und wald symbol also er steht jetzt gerade noch im wald wald biome gerade so und die blätter sind halt die meisten blätter sind jetzt halt auf dem plains biome das ist ja egal der uns auf einem wald biome stehen und die blätter sind egal meinst du wirklich normal ja okay ich vertraue dir da und der sache ja mach du selbst schuld aber warum sollte ich nicht über und frage ich mich gerade dann muss man die vielleicht doch einfangen ich werde jetzt hier stehen bleiben könnt gerne gucken kommen ich habe immer noch hier den scheiß stehen jetzt gehe ich aber monster glauben ich auch mal es läuft nämlich gerade wie das läuft aber ich darf hier nicht stehen sonst bauen die nicht ja lass mich mal du hast gestern nacht schon ich habe immer noch kein level up skill level clumsy den weg ist doch sicher du hast doch schon level ja und weil du zu doof bist für sie zu zerstören kann ich ja nix für der gelegt hat ja genau aber nur bei dir komischerweise ja nur bei mir nur bei mir der mag mich nicht das ist voll gemein der mobbt mich der server geh mal den ender kill echt man voll der mobbing server hier das habe ich bei gomme hatte ja ja was denn schärfe plus eins sauber jetzt bin ich dran alle tot es war nur ein enderman drin ja ja klar alles gut falsch geschickt alles ausgeleuchtet ich fange dich auf damit tut mir auch weh ok tut mir leid das ist das denn jetzt ich habe ein anderes level abbekommen die hieber klar die chancen dass du einen kopf aufschlägst ist höher kritische trefferwertung also nein ja so im übertragenem sinne nein die chance ist höher dass er dass die erste das kopf droppt und was bringt das ja wenn du einen kopf brauchst für irgendwas dann geht es halt leichter dafür braucht man köpfe ja zum abgabe abgabe doch zum upgraden der der pickaxe zum beispiel mit einem ender kopf kannst du theoretisch irgendeine pickaxe ab werden auf werden aber ich weiß nicht welche echt ja das erste steel ingot kam gerade dann können wir ja auch ist es schwierig herzustellen also geht eigentlich dann lass es doch lieber eine stahlrüstung machen ist doch genau wie bin ich ja dran ist das ein geiles schwert ja aber das war sowieso keiner mehr so jetzt erstmal futtern neue pickaxe ich weiß noch wie ich auf meiner eigenen map bei agrarian skies gestorben bin weil ich essend auf eine tür zu ging ja das kann schnell passieren ja ich gucke mal auf den baum ja guck genau kletter mal auf den baum fahr mal runter ha ha ihr kommt nicht rein ich komme aber nicht an euch ran erwischt ja erwischt wo ist er denn schieß mich bitte nicht ab ach oder ist hier oben wo ist ein stuf das ist ein stuf wo ist er äääh was machst du schon wieder wer willst du mich verarschen wo bist du du bist am jagen enderman nein ein skelett das hat mir von irgendwo geschossen das ist irgendwo offen das ist wie kommt es jetzt dahin du kleiner aber auf dem boden gelandet keine spinne ich glaube ich spinne machst du noch kaputt wo schon wieder ein level ab ja ja jetzt gehe ich was hat er denn jetzt gekriegt oh smite sehr schön smite war stärke ne ne schärfe ja rechts ist übrigens noch ein zombie denn jetzt kannst du um den kümmern bevor der mich gleich von hinten attackiert für ein ender ja der hat mich gerade auch angegriffen haha der stirbt im kaktus der enderman ist im kaktus ich muss futtern der enderman hat nicht hat das mitgenommen wir können auch eigentlich gar nichts mitnehmen das stimmt aber ist auch kaputt der lichter daneben oder ist das noch einander mehr nicht vorhin kaputt gemacht denk dran nur auf die quad geh weg da was wo kommt der zombie hinten那 da habt ihr doch eben schon gesagt du ja zum Glück achso from irgendwo ist bränt ja noch was hier hinten da schweb jemand continuous was Ja, ja, net. Dann steigt ja auch die Chance, dass ich dir den Kopf abschlage. Na klar. Krieg ich dann zwei Köpfe, wenn du still? Frag mich doch sowas nicht. Lass mal ausprobieren. Ja, super Idee. Ich würde hinter mir weggehen. Ganz ehrlich. Warum? Naja, weil wenn du aufgehst, deswegen... Ja, aber ich vielleicht beim Zurückgehen. Ach so. Oh, ich kann dir die ganze Zeit hinter mich gucken. Nö, nö. Was? Du bist aber weit geflogen. Ja. Du hast gerade ein Level gemacht. Ich gehe wieder rein. Ich freue mich jetzt. Genau das meine ich. Aber so wissen wir schon mal, woran wir sind. Wie viel Damage hat es gemacht? Hälfte Leiste weg. Mit Rüstung. Mit Rüstung, ja. So. Schön war's. Ich muss meine Mob Drops rausgeben. Oh, wir sind doch schon wieder bei 20 Minuten. Ich sehe keine Bienen. Und ich sehe auch keine Bienen im Hive. Zack, zack. Hive Hive. Auf ein neues. Ich glaube, es ist halt echt eine relativ geringe Chance, aber es geht. Na, wir werden sehen. Ich werde es weiter versuchen. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Genau. Ich wollte ein Binding machen. Ein Binding. Das kann ich bestimmt auch ein paar Blätter heranbauen. Aus Kaktus könnte ich ein Binding machen. Aus Kaktus? Oh ja, aus Kaktus. Mach's doch mal. Eine Kaktusbinde. Kommt sofort. Na nun? Wom geht's nicht? Vielleicht muss ich auch einen freilassen. So wie beim Bücherregal. Geht nicht. Äh, beim, beim, naja. Thanks. Dann nehme ich, ähm, ich bin da abmord dran, oder? Jo. Ja, dann sage ich einfach mal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Das sind doch eine komische Biome hier. Ne? Komm mal her. Äh, in der nächsten Folge könnt ihr dann, äh, mal, wahrscheinlich sehen, wie wir nochmal ein wenig Besuch bekommen von der, äh, guten Schneckball. Oh, ah ja. Um, äh, äh, aah. Geh gut. Ähm, ja, um ein bisschen was zu erklären. Ansonsten, ähm, ja, selbst gedönst wie immer. Wir versuchen Enderperlen zu bekommen, uns hier irgendwie über Wasser zu halten. Und, 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 und. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020